Wie lange ist heute noch geplant? Äh, ich kann es dir nicht sagen. Äh, ich schaue mal, wie meine Laune um 10 ist und dann gucken wir. So, ihn können wir auch wieder retten, Digga, Craig ist einfach die beste Entscheidung gewesen, der dem Bruder Craig, der kann Leute wegbrauen und er kann sich immer retten, Digga, krank. So, Jimmy müssen wir auch retten. Na, wie retten wir denn, Jimmy? Ja, guck so, Junge, ist ja noch besser. Craig, sie, guck mal, beide rein. Naja, Digga, Jimmy, einfach, es ist, Junge, heftig. Und Craig einfach der Übertank. Der hat einfach, guck mal, der hat auch die Hälfte so wie Jimmy, aber hat immer noch doppelt so viel Leben wie Jimmy. Junge, deine Wahl war weise, Junge, ohne Scheiß. Das ist einfach, aus Versehen, alles richtig gemacht. Perfekt. Ja, ist eigentlich egal, ne? Nicht egal. Super Craig ist extrem stark, ja, Mann. Ich hab ja am Anfang, hab ich irgendwie gesagt, dass ich die Kacke fand, aber nehme ich alles zurück. Der ist übergut. Der ist übergut. Ja, weiß ich nicht. Ne, ich warte einfach, ne? Dann kriegt er das Opfer. Ich weiß nicht, ob es bringt, die zu töten. Oder ob es bitte, wahrscheinlich besser, denen lebendig die Dinger zu geben, ne? Wenn die, äh... Hä, aber der frisst die gar nicht. Der haut die nur tot. Oder frisst er die nur, wenn der, wenn der, diese Zweier, da frisst er die wahrscheinlich, ne? Ach, shit, im McTaddy, alter. Lass uns mit der Physik schreien. Ja, Spider-Man erst, wenn, wenn wir, ähm, wenn wir mit South Park durch sind. Ach, warte, jetzt ist kein, jetzt ist kein Zeitdruck mehr? Okay. Jetzt frisst er, okay, okay, okay. Äh, ne, deswegen, also ich, äh, was meint ihr? Bekommen wir am Freitag South Park durch, wir werden ein bisschen, wir werden ein bisschen Pigment spielen und dann weiter in South Park rein. Meint ihr, Freitag ist durch oder wahrscheinlich nicht, ne? Das ist auch der letzte Boss? Ne, das ist nicht der letzte Boss. Nein, 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 also hier wird gesagt, geht noch, ne, ne, glaub nicht. Ach, krass, Junge. Das Game ist ja überlang. Ich mein, wie, also mir kommt schon vor, als würden wir das Game eine Ewigkeit zocken. Wenn du das vergleichst mit dem ersten Teil, wie schnell wir da durch werden. Ich glaub, wir haben irgendwie in vier Streams oder so haben wir das mal gezockt. Aber vielleicht ist meine Wahrnehmung auch, der wir gerade noch ein bisschen scuffed. Oh, meinte Sub-Niggerad, oh, Mutter mit 1.000 Jungen. Ich bin sicher, wir werden das gesammelt haben. Gucken wir mal, wie viele Stunden du hast. Äh, können wir gleich, nach dem Kampf, erinnere mich dann noch mal. Am Ende sag ich dir, es ist der Secret Boss, wenn du durch bist. Ja, weiß ich nicht, ob wir den machen, aber können wir gucken. Ah, ja. Bringt das was? Bringt das was? Zwölf Stunden im Schnitt, Teil 1. Teil 2 im Schnitt, Abzug schon. Ah, ist okay. Ja, nochmal, nochmal ein Drittel drauf. Okay. Okay, okay. Also nochmal die Hälfte drauf. Shit, jetzt hat er keinen bekommen. Aber mach nochmal. Alles gut. Alles gut. Ja, wir müssen eigentlich mit Dingens weg. Hier ich gehe. Super Craig muss halt jemanden wegboxen. Aber Super Craig steht ganz beschissen. Ja, gut, dann boxen wir ihn halt einfach tot, ne? Sollen wir alles machen, ne? Glückwunsch, Super Friends. Ich werde dich in der Stadt haben. Äh, was packst du auch nicht, aber der ist lustig und vergiss die DLCs nicht. Absolut underrated. Ah, ich glaube die DLCs werden wir nicht zocken. Ich glaube die DLCs werden wir nicht zocken. Nee, dann kriegen wir die nicht rüber. Kriegen wir gar keinen rüber. Alles klar, wir beleben unseren Boy wieder. Der kann auch, der kann auch schieben. Wir müssen schieben. Wir brauchen ihn. Oh mein Gott, unser Junge ist gleich, ist direkt tot. Unser Junge ist direkt tot. Wir müssen futtern, sonst sind wir sofort tot. Spiel's noch bei Spider-Man, die DLCs wieder durch? Das schauen wir mal. Wenn ich Bock drauf hab, äh, ja. Wenn ich Bock drauf hab, ja. Da schauen wir mal. Vielleicht spielen wir dann auch noch mal als Morales. Ähm, aber wie gesagt. Das ist erstmal, erstmal einfach das Base-Game durchzocken und dann schauen wir mal. Weil ich sag dir ehrlich, wenn wir hier mit dem Game durch sind, ähm, brauche ich jetzt erstmal nicht noch mehr South Park. Also, ne, das Game ist mega nice und so, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt noch DLC. Oh, Gott sei Dank ist er ein Vollidiot. Okay, Jimmy muss da weg. Jimmy geht mir Hardcore auf den Sack, Digga. Der steht da, der steht da richtig beschissen, Alter. Ah, ja, friss erstmal. Achso, ich wollte, okay, eigentlich wollte ich Jimmy geben, aber so ist auch okay. Zeit, um die Lade zu brechen. Juh! Oder so. Weil der andere ist dann dead. Der andere ist dann... Ja, machen wir so. Ja, das gibt's eh keine besseren... Nee, so ist auch... Oh, okay. Meist Morales ist so geil, aber die Story triggert mich so hart. Ja, die Story hat ihre Momente, aber insgesamt, ja. Ich weiß, was es meint. Mein letztes Video dead 1 ist schon lange her. Wann hast du das nächste für dich angesetzt? Tatsächlich sogar, äh, äh, nächste Woche. Nächste Woche kommt das nächste Video, Digga. Sorry, Steenkäse, jaja. So, okay, und jetzt, genau, jetzt, jetzt müssen wir einfach Zug überspringen, weil... Ja, okay, okay, okay. Perfekt. Ja, wie gesagt, die Kämpfe, die Objectives von den Kämpfen, sehr, sehr kreativ, sehr, sehr cool. Nächste, ja, nächste Woche schon, ja, ja, es ist, äh, zu Streetfighter 6. Äh, das Video ist aber, also, ne, es kommt nächste Woche, weil es nicht so lang ist. Äh, ist ungefähr so, ich weiß nicht, so zwölf, zwölf Minuten oder so ungefähr. Ähm, ja, ich denke mal, dass ich, wenn ich, Donnerstag damit fertig sein werde. Je nachdem, wie viel ich morgens schaffe. Geil. Toon-Frienden, wir haben es geschafft, wir haben Schrappeln. Ja, ja, die Schrappeln. Schrappeln? Ich kann nicht glauben, dass ihr kleine Schäden das gemacht. Danke, ihr. Ich fühle mich, als ob ich mich endlich in diesem Schatten gewonnen bin. Du bist willkommen, wer seid ihr? Oh, mein Gott, ihr Leute, wir haben 100 Dollar, um unsere Franchise aus dem Graschen. Ja, auch für die Leute, die mir auf Instagram noch nicht folgen, mal der Zweitkanal richtig und wichtig zu abonnieren. Jeden zweiten Tag kommt ein Video oder gar auf den Zweitkanal. Woah, woah, warte! Was ist passiert? Woher zieht ihr diesen Katt? Oh, äh, ja, sorry, FreedomPals. Es gibt eine bestimmte Information, die wir haben, die wir nicht mit dir sharen können. Du weißt, es ist klassisch. Das ist, weil wir getrückt wurden. Ah, verdammt. Der neue Kind spielt uns, FreedomPals. Wollte, um unsere Seite zu sein, war eine Rüse. Was? Ja, der neue Kind hat euch total total verbrannt, sorry. They followed our lead to the police station and now intend to get a hundred dollar reward for that missing cat. Well, all is fair in love and war, FreedomPussies. Haha, love and war, FreedomPussies. You assholes, we're the ones that stopped the police chief's evil plan. We deserve that hundred dollar reward. Oh, yeah? Just try and take it from us. We will. Civil War 3, it's going down. That's it, new kid. We're gonna rip you apart. No, Mysterion. We won't fight the new kid. They will. Oh, mein Gott. Verdammt, kid. Time to die. Let's get this little shit. God damn. Okay, das ist schon... Die haben sich schon coole Sachen ausgedacht. Es ist nicht mehr so krass und nicht mehr so lustig, aber die haben sich schon coolen Stuff ausgedacht. Das muss man sagen. Ich glaube, wenn du mehr Videos machen würdest auf dem Hauptkanal, dann geht's richtig ab. Das Ding ist, also ich weiß nicht... Ich habe bei sehr vielen Leuten in den Kommentaren so das Gefühl, dass sie nicht verstehen, wie das mit den Videos funktioniert. Also das mit den Videos, das ist nicht so ein Ding, dass ich zwei Tage bevor ein Video rauskommt, dass ich mir überlege, ach, Digga, ach ja, oh, boah, neues Video. Oh, Junge, neues Video. Das wäre mal wieder was, ne? Oh, ja, gut, ne? Dann haue ich dreimal auf die Tastatur und dann kommt morgen ein neues Video, so. Sondern, Bro, ich arbeite eigentlich an zwei bis drei Videos gleichzeitig und wenn ein Video fertig ist, dann schneide ich, fange ich sofort das nächste an. Die Videos dauern halt einfach. Das ist halt... Das ist sehr viel Arbeit. Das dauert. So, ne? Und deswegen... Also das ist nicht so, dass ich dann sage, wenn ein Video rauszucke, jetzt mache ich einfach mal... Jetzt mache ich mal eine Woche Urlaub oder so, sondern, ja, keine Ahnung. Set Island Video war fertig und dann habe ich am nächsten Tag mit dem Streetfighter-Video angefangen. Sorry, Chaos. Unfortunately, Dr. Timothy hat nur die Mama, wenn man nicht selber Videos geschnitten hat. Aber, ja. Komm, hol es! Äh, ich habe mal damals 40 Stunden für eine 3 Minuten AMV gebraucht mit 3, mit 13. Das ist so viel Arbeit und Kayvids Videos sind so viel aufwendiger. Ja, das ist halt so, ne? Das ist halt, ne? Wie kannst du nicht an einem Tag ein ganzes Spiel durchspielen und dann Videos machen? Stimmt, Spiel durchspielen kommt ja auch noch. Kommt ja auch noch dazu. So, ne? Das ist ja auch noch mal Zeit, so. Aber, hey, mach Daily Upload. Kann ja nicht so schwer sein. Andere schaffen das doch auch. Ja, True Date, oder? Ich weiß, es ist sehr lange gedauert, aber 2 Videos pro Woche wird den Kanal nicht schaden. Ja, aber den Kanal wird auch Daily Upload nicht schaden, Digga. So funktioniert das halt einfach nur nicht. So, hä? Ich, also, was, wo ich, guck dir die Videos auf dem Zweitkanal an. Das könnte ich halt, das kann ich jeden Tag schaffen. Das kann ich easy schaffen. Aber diese Videos, das funktioniert nicht. Das, das funktioniert nicht. Natürlich, 2 Videos pro Tag. Das wär, das wär perfekt. Immer mit 100.000 Aufrufen. Das wär optimal, Digga. Aber, äh, das funktioniert so nicht. Ich hätt gern jedes Jahr ein Top-Notch, äh, Zelda-Spiel. Funktioniert leider so auch nicht. Ich mein, wenn du willst, kann ich halt Standard-Reviews machen. Dann kann ich, dann kann ich, äh, kann ich 2 Videos pro Woche raushauen. Timeout wäre gerechtfertigt. Stimmt, ich kann mich auch mal anstrengen. Ich kann ja auch mal ein bisschen mehr machen. Ja, True. Ja, ich kann auch mal, von meinem faulen Arsch, kann ich auch mal wegkommen, ne? Dann kann ich auch mal mal was machen, ne? New Kid, nicht Cartman teilen Sie! Ja, das ist, also ich sag mal so, beim Zweitkanal helfen, äh, Kenny und Ernst ab und zu. Aber auch da, ich hab jetzt, Kenny hat jetzt, ähm, den, den Zusammenschnitt von der Nintendo Direct gemacht, weil ich das halt, äh, bis zum Wochenende wirklich nicht geparkt hätte, weil ich halt noch am Dead Island-Video saß. Ähm, aber ja, ich, ich will da jetzt nicht so viel nachfragen, ähm, ich will das meiste einfach selber machen, weil, ja, wie gesagt, ich kann die Boys halt nicht bezahlen und das ist dann halt irgendwie, das ist halt halt ein Wack, so, weil dann arbeiten die halt für nichts, aber, deswegen, das ist halt schon Ehre, dass die dann halt ab und zu mal aushelfen. Bezahlter Cutter, ja, aber da hab ich, da hab ich leider, hab ich noch nicht die Kohle für. Das ist halt das Ding. Kann mich, kann mich selber ja noch nicht viel. Wenn ich selber noch nicht davon lebe, dann kann ich halt auch leider keinen Cutter bezahlen, weißt du, was ich mein? Ja. Genau, und, und beide haben ja noch ihren eigenen Kanal, ne? Candy hat ein, Candy hat ein, äh, richtig heftiges Video zu Animal Crossing, äh, hochgeladen. Ich hab mir das, ich hab mir das ein bisschen angeguckt, da steckt auch, äh, sehr, sehr viel Arbeit drin und ist, äh, sehr, 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 sehr hochwertig geschnitten. Sehr, sehr hochwertig geschnitten. Schreibt, schraub dein Leben halt runter. Ach, Digga, ey. Wir machen das bestimmt aus Liebe zur Sache. Ja, aber es ändert halt trotzdem nichts an den Fakt, dass es halt Arbeit ist, ne? Also, das ist zum Beispiel hier vor, hier im Stream zu sitzen, Spiel zu spielen, mit euch zu reden, das ist halt, ich mein, gut, jeden Tag acht Stunden streamen wäre wahrscheinlich auch Arbeit, aber das fühlt sich halt nicht wie Arbeit an, aber ich find, schneiden, das ist halt Arbeit, auch wenn's Spaß macht, aber ganz oft macht's halt auch keinen Spaß und ist einfach eine stumpfe Arbeit. So, hör einfach auf zu schlafen. Bro, ich schlaf schon, jetzt nur noch sechs Stunden, so. Hör einfach auf zu schlafen. Warte, äh, äh, das kann ich verstehen, dass es auch sehr stressig ist, ich kann aber auch nichts sagen, weil ich mich nur damit auskenne und deswegen kann ich nur verstehen, aber auf dem Zweitkanal habe ich trotzdem meinen Spaß. Ja, ey, deswegen, das, wie gesagt, ja, es ist halt, die Videos sind aufwendig, vor allem die Hauptvideos, guck mal, das Gute an den, an den Zweitkanalvideos ist, dass ich dafür keine Kreativität benötige, weißt du, beim Zweitkanalvideo, äh, bei dem Zweitkanal, die Videos sind halt einfach nur, du hast, du hast hier was und das kattest du runter, packst ab und zu zooms rein, packst immer denselben Musiktrack drunter, fertig. Und bei den Reviews auf dem Zweitkanal muss ich nur ein Skript schreiben, wo ich mir keine Gedanken darum mache, wo, ja, kann hier ein Joke rein, kann hier oder so, sondern es sind einfach nur meine, was denke ich über den Film und ich schreibe das auf, ich nehme es auf, katt es, äh, tu dann Gameplay drunter, fertig. Das ist halt entspannt, das geht super schnell, aber auf dem Hauptkanal, das ist halt so, das ist halt ein kreativer Prozess, wo ich mir sehr oft einfach überlege, wie kann ich das lustig gestalten? Und es gibt dann halt mal Tage, wo es sehr, wo es float, wo es gut läuft und es gibt halt auch Tage, wo du dann halt auch mal gefühlt den ganzen Tag davor sitzt und fast gar nichts geschafft hast, so, und einfach dann super demotiviert bist, so, aber, ja. Ich finde es, äh, krass wie ignorant, manche Leute, äh, sind suchig ohne Cutting-Erfahrung, hab Plan, wie scheiße viel Arbeit ist, nee, Spaß, könnte eigentlich 100 Videos am Tag hochgehen, du hast sonst noch kein Privatleben, ja, was soll ich dir sagen. Was, Bruder? Bromir, die besten Ideen kommen um 3 Uhr morgen, MK. Ich hatte, also ich muss sagen, viele Videos sind, Bruder, du hast geredet, Junge, Crumbolt, da, Ernst, so, Bam, Junge, hast wieder, hast wieder ein Zap, Alter, easy, hab, Junge, ähm, so, warte, was war hier noch, äh, also für Top 10 Hottes, wenn du braucht man viel, ja, das ist halt, das ist halt geistiger Dünnschiss, ne, Bromir, ist Geld egal, ich sag nicht nein zu Geld, aber ich frag auch nicht extra, aber vielleicht nicht nur, äh, in mehr Anzeigen verlinken, da schaut keiner nach, äh, sieht man den zweiten Link nicht? Habe ich bei mehr Anzeigen verlinkt? Ist das nicht, sieht man den zweiten Link nicht? Oder ist der Text vor dem Link zu lang? Dann kann ich, dann kann ich das ändern, aber da müssen wir das auch sagen, also ich, ich dachte, das sieht man, wenn man den Link nicht sieht, dann mache ich das zum ersten Link. Schönen Abend noch Leute. Ah ja, genau, wegen den besten Ideen, ja, ich hatte schon ganz oft, dass ich, ähm, ich bin oft abends auch sehr kreativ, aber, ja, ich weiß nicht, ich will einen normalen Schlafrhythmus haben. So. Äh, Schlafrhythmus! Oh oh, ich bleibe immer noch auf dich, Professor. Geh den Traitor! Bitte, bitte, bitte nicht. Okay, ich glaube, ich werde das nicht machen, wenn du tot bist, ja. Schlafen kannst du, wenn du tot bist? Ja, was ich halt auch nicht will, ähm, das hat Rob mir auch erzählt, und das hört man ja ganz oft von, YouTubern, dass sie dann halt einfach, ne, dass sie dann halt, sag ich mal, ein Burnout bekommen, also ich meine, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so ein Burnout bekommen, dass ich komplett tot sein werde, aber halt Burnout in dem Sinne einfach nur, dass du halt dann gar keinen Bock mehr hast, die Videos zu machen, so. Und das will ich auch nicht, weil ich glaube, wenn du komplett übertreibst, ich glaube, dann hast du da auch ganz schnell, ne, weil, ja. auf der anderen Seite habe ich gestern ein Video gesehen von dem Autor, von dem Macher von One Piece, und der Bruder, der schläft jeden Tag nur drei Stunden, der zeichnet 21 Stunden am Tag One Piece, für die letzten, was, was, wie lange geht One Piece, 25 Jahre. Also wirklich, der lebt halt, der sieht seine Familie, glaube ich, drei oder viermal im Monat, und sagt halt selber, dass er extra ganz wenig Zeit mit seiner Familie verbringt, damit er keine emotionale Bindung zu denen aufbaut, weil er dann realisieren wird, das sagt er selber von sich, weil er dann realisieren wird, dass er seine Familie liebt, und dann weniger One Piece machen möchte. So ein Typ ist das. Ja, so ein Typ ist das. Der haut jeden, jede Woche haut der ein neues Kapitel raus, die vom, vom Zeichnerischen, ähm, auf einem Level sind, von, äh, Mangas, die, ähm, die monatlich rauskommen. Weil ich hab ja auch, ich hab ganz, ich hab, äh, ein paar Kapitel One Piece hab ich gelesen, und die Zeichnungen sind absolut insane, Digga. Insane. Dass er das in einer Woche macht, ist, Digga, ja, richtig Asiamentale, aber das ist selbst für einen, also ja, in Japan ist ja Arbeitskultur nochmal was ganz, ganz anderes als hier, also was ganz, ganz anderes, ähm, aber selbst dafür ist der krank. Der ist, äh, weil der so viel gearbeitet hat, ist der ins Krankenhaus gekommen, ähm, weil der halt auch, noch nie so ein Rotz gehört, was für keine Bindung zur Familie aufbaut. Ja, Digga, es ist noch krasser, der isst manchmal auch absichtlich nicht, weil er der Meinung ist, dass wenn der menschliche Körper an seine Grenzen kommt, äh, dass er dann am kreativsten ist. Deswegen schläft er manchmal, äh, absichtlich nicht, und isst manchmal auch nicht. Und der ist deswegen halt auch mal ins Krankenhaus gekommen, und dann hat der Naruto, ähm, Typ, hat ihn dann im Krankenhaus besucht, und hat gesehen, dass er im Krankenhaus liegt, und weiter arbeitet. Und dann hat der Naruto-Typ, ähm, anstatt zu sagen, ne, weil der kennt ja den Hustle, der Naruto-Typ kennt das ja selber am besten, äh, anstatt zu sagen, yo, hör auf zu arbeiten, hat er ihm dann halt dabei geholfen. Und das ist, da ist halt der Dressrosa-Arc, ist halt dabei entstanden. Da hat halt der Naruto-Macher mitgeholfen, und so. Es ist, es ist wirklich, das ist, äh, manche, manche Menschen sind anders, aber dafür ist er halt auch irgendwie in der Top 10 der erfolgreichsten Autoren aller Zeiten. Also, ne, wirklich aller Zeiten. Ich glaub, der hat, äh, One Piece hat sich auch mehr verkauft, als, ähm, Harry Potter und so und shit. Also, von daher, es ist immer nur die Frage, zu welchem, äh, zu welchem Preis, ne? Gerade hat er fünf Wochen Pause, wegen einer Augenoperation, ach, krass, ja, jetzt musst du ihn ja killen. Okay, let's do this. I have a really good feeling about this, guys. Ich dachte erst mal, schau hier in Chat, du mainstream, so sexy, wie du heute ausziehst, bro. Ja, danke dir, digga. Ah, Junge. Fuck, hier, ja, ja, dann auch, äh, ja, dann hat er auch genug Geld, warum, Digga, der hat einen Net Worth von irgendwie 280 Millionen, da geht's schon, da geht es schon ganz, ganz lange nicht mehr drum. Ähm, der macht das, ich sag dir, wofür er das macht, der macht das legit, der macht das legit für seine Fans. Der macht das nur für die One Piece Fans, weil er denen das Beste liefern will, was geht. So legit. Der opfert sein Leben für seine Fans, so, für, der opfert sein Leben für One Piece. Und er sagt das auch seinen Mitarbeitern, der sagt auch so, ja, wenn du nicht bereit bist für One Piece zu sterben, dann kannst du halt nicht mit mir zusammenarbeiten. Und so, das ist halt, ja. Der Bray ist One Piece, ja, das ist, das ist halt, das ist sein Leben und das ist nicht mal übertrieben. Der hat eine Tochter, die sieht er dreimal im Monat. Du bist hierbei unbefassbar. Warum machst du das nicht für uns? Weil ich das nicht möchte, aber ich bin zurück, Vater Lord, und ich bin bereit, zu stoppen. Das ist der Kanal sehr wichtig, aber mir sind andere Dinge auch sehr wichtig. das ist halt auch ein Typ, den, den findest du halt, den findest du halt, äh, nicht oft. Ne, das ist, nicht mehr als sein eigenes Leben. Ne, ehrlich gesagt, nicht. Vor allem, wenn dann Leute, wenn dann zehn Leute unter meinem neuesten Video schreiben, spiel mal Elden Ring. Da denke ich mir so, Digga, ich lösche gleich meinen Kanal, du Huchensohn. Prioritäten sitzen, wir oder weg da, Digga, Meckis. Meckis ist die Priorität. War das gerade eine Ansage, oder was? Wann spielst du jetzt Elden? Oh wow, das war so witzig. Das ist nicht cool, Timothy. Ich bin zurück auf Team Butthole jetzt. Der Butthole hat ihm wirklich verdammt. Hast du denn wenigstens schon Elden Ring? Ne, hab ich nicht mehr. Ich besitze es nicht mehr. So ein Ding ist das. Ey, dein neues Video ist schön und nett. Aber wann Elden Ring? Nein, es kommt nicht mal so ein, ey, dein neuestes Video ist auch cool, sondern es ist halt einfach nur so, wann spielst du endlich Elden Ring? Und dann mit zehn Ausrufezeichen. Und da denke ich mir, ich bin, ohne Scheiß. Also ich bin wirklich, bei sowas bin ich immer kurz davor zu drücken, Nutzer auf diesem Kanal blockieren. Wirklich. Also da bin ich immer Bro. Da bin ich so junger. Halt deinen Maul, Alter. Es ist jetzt Dead Island. Es ist nicht Elden Ring. Obviously. Halt die Fresse. Halt die Fresse mit dir, Halt die Fresse. Halt die Fresse. Oh, Junge. Versteckt euch vor, ihr habt auch kurz, ich werde nicht Elden Ring. Mann, Elden Ring kommt irgendwann. Haltet euer Maul, ja. Gut, Herr Nuki. Ich glaube, wir haben das in der eigenen Faschule gezeichnet. Tame, tame. Tame, tame. Habt ihr gewusst, dass Kalisto ein Story-DLC bekommen hat? For real? Ich hab irgendwie, ich hab heute mir, glaub ich, nochmal, jemand hat mich gefragt, ob ich die DLCs von Kalisto spiele. Wieso? Nee, Digger. Aber würde ich immer noch sagen. Kein Skill haben ist nicht erblich, das kann man lernen. Alles gut, Crit. Hellhäutig. Hellhäutig. Hä, wieso denn kein Skill haben? Was ist denn jetzt hier mit kein Skill? Ach, wegen Elden Ring, oder was? Halt die Laser-Sache. Ja, fucking Kalisto, Alter. Nice. Stew, das Troll in seinen eigenen Jußen. ist das Troll in seinen Jußen. Wie lange wir es heute noch machen? Äh, weiß ich nicht. ich denke mal, wir machen jetzt bis halb elf. Und gucken dann, wie die Stimmung so ist, wa? Dann spielst du Fifa? Habe ich letztes Jahr viel gespielt? Ich habe dieses Jahr fast gar nicht Fifa gespielt. Also es wird nicht auf meine Top 10 Liste landen. Das kann ich schon mal sagen. Hä? Hat er schon wieder Leute konvertiert, oder was? Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, wir müssen unsere Boys erstmal aufheilen. Oh ja, ich fühle mich besser. Du hast es geschafft. Äh, ach scheiße, wir können nicht mal unseren starken Angriff machen. Mein Gott. Welches Spiel würdest du gerne mal als Video verarbeiten, aber mach das nicht, weil, weil du denkst, es würde nicht klickt werden. Ähm, ah, warte, kann ich das noch retten? Okay, hier wir gehen. Ähm, fast jedes Nintendo Spiel. Fast jedes Nintendo Spiel und auch manche, manche Indie Games. Alien Ring. Naja, aber es ist schon, ich habe schon, also bei manchen Games, die fallen halt weg, weil ich mir so denke, das werden sich nicht so viele Leute angucken. Und ich will das nicht komplett danach richten, ne, deswegen, ich habe ja auch zu Breath of the Wild ein Video gemacht, ähm, und so. Das Schöne ist, ich habe jetzt, ähm, den, den Zweitkanal, und da kann ich halt auch Reviews machen und, ähm, dann mache ich halt da eine normale Review, so, aber, ja. Wie viele Stunden hast du jetzt? Sieht man das hier? 14, ne? Weil jetzt wahrscheinlich noch mehr, weil das war ja am Anfang. 15, 16 Stunden. Aber wir sind auch langsam, glaube ich, ne? Das kommt, glaube ich, auch dazu. Ach, scheiße, Timmy ist auch tot, Alter. Ne, Jimmy, muss ich ihn heilen, sonst ist er so dead. aber fast alles von Nintendo. So Mario Sunshine und so, Bro, das wäre voll cool, aber ich glaube, das würden halt, das müssen sie sich so viele angucken. Die meisten Leute sind so Ubisoft, Sony, Resident Evil, so das sind so meine Zuschauer, was auch okay ist. Ich bin hier mit dem anderen Team, okay? Sind Sie bereit für einen Flashmob? Ich bin. Ja, so werden halt manche denken. Iris, schade. Hast du mal Subnautica gespielt? Wäre safe oder konnte ich mit dem Zettkammel haben. Nee, aber können wir eigentlich mal machen. Also ich habe nur Gutes von dem Game bisher gehört. Gibt es so viele gute, beliebte Indie Games? Ja, Indie Games auch. Also manchmal, guck mal, zum Beispiel Stray lief sehr gut. Stray lief sehr gut, aber Stray hatte auch Hype und mein Titel war halt auch Entgegen der allgemeinen Meinung. Solche Videos laufen dann immer. Ich weiß gar nicht, was ich noch habe. Zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel irgendwann Little Nightmares 2 spielen werde, da werde ich kein Hauptvideo zu machen. Das war halt zu der Zeit, wo halt noch keiner meine Videos geguckt hat, da war es halt eh scheißegal. Aber ja, jetzt ist so, wie gesagt, ich will mich nicht zu sehr davon lenken lassen, so von wegen nur noch die Games spielen, die im Hype sind und so. Und einfach, ne, dann würde ich ja jetzt auch Diablo 4 oder Final Fantasy spielen. ähm, aber, ja, es muss halt, ja, keine Ahnung, der Zeitaufwand muss sich halt auch irgendwo lohnen. So, weißt du? Ja. Boah, Digga, ich muss sagen, der Kampf geht mir hardcore auf den Sack, Alter. Wir haben Timmy ja nicht mal die, noch nicht mal die Hälfte abgezogen. Das ist ja ultra nervig. Das ist ja super fucking nervig. Wuhuuu. Boah, hast du gerade eine Anlage oder was? Boah, Meister. Ruffy, was geht? Assassin's Creed ist voll in den Nischen Indie-Game. Hast du das nicht wohl gehört? Assassin's Creed, ich glaube, ich glaube, Assassin's Creed würde, würde safe richtig gut laufen auf dem Kanal. Deswegen, also, zum Mirage mache ich ja, mache ich ja, eh im Video und ja, ich habe für nächstes Jahr, habe ich auf jeden Fall geplant, dass ich dann Assassin's Creed und Far Cry auf dem Kanal behandeln werde. So wie halt mit Watch Dogs, so die ganzen Games da durchgehen, da habe ich sehr, 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 sehr viel Bock drauf. Aber zum Beispiel so Edna, Edna oder Harvey, Bro, da würde ich halt, ne, das, ne. Das ist halt. Ich meine, das Schöne ist, was ich oft in den Kommentaren lese, ist so dieses, so, ja ey, das hatte ich jetzt auch bei Dead Island, so, yo, ey, das Game interessiert mich null, aber ich gucke das Video trotzdem, weil ich es lustig von dir finde und das ist halt auch so ein Ding, das ist auch so, ne, deswegen gebe ich mir auch, sag ich mal, so viel Mühe da im Schnitt, weil ich genau das erreichen will, weil ich habe auch manche YouTuber, wo mich halt das Game gar nicht juckt. Ich habe mir, von so einem YouTuber, habe ich mir, äh, fast ein Stunden Video zu Disonored angeguckt, aber Disonored geht, ist mir, geht mir hammerhart am Arsch vorbei, aber das Video war halt so übersick, weißt du,